Hi guys, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute reagieren wir auf Do you know these video games? Also auf deutsch, kennst du diese Videospiele? Das ist ein Piano Quiz, das heißt wir müssen erraten, von welchem Spiel die Musik kommt. Und auch jetzt sagen wir reden gar nicht zu lange umher, das ganze ist vom Piano Man 333. Das seht ihr gerade nicht, aber hier da oben jetzt seht ihr es, boom, so. Also ich würde sagen, let's go, Rainer. Hier unten wird ein Score wahrscheinlich sein. Behaltet euren Score im Überblick und jetzt viel Spaß beim Rätseln und viel Erfolg. Kennt man, ist natürlich, exakt am Schluss. Es ist natürlich unser All-Time-Klassiker, der Klempner aus Italien, Super Mario. Klassiker, Minecraft. Let's go, weiter geht's. Let's go. Oh, wait. Was könnte das sein? Das könnte auch das sein. Ich sag Pac-Man. Oh, Glück gehabt. Was ist das? Es kommt mir bekannt vor, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher, ganz ehrlich. Ich stoppe nochmal für euch, dann könnt ihr kurz überlegen, aber... Gar kein Plan davon, also keine Ahnung, um was es geht. Assassin's Creed, ja, hab ich nie gespielt. Das Mi Channel Theme. Let's go. Irgendwann, wenn ihr wollt, dass ich irgendeinen von diesen Songs mal mache, dann lasst ein Abo und ein Like da und schreibt in die Kommentare, ob ich das machen soll. Und das Ganze ist Tidris. Ach ja, und ich soll's auf dem Piano spielen. Ich glaub, das hab ich grad vergessen. Let's go. Was ist das? Uff. Ein Spiel, das ich kenne, das fast niemand kennt, ist... Castlevania. Bitte sei richtig. Es ist das einzige Spiel, das mir irgendwie so davon bekannt kommt. Ah, Mega Man 2. Okay. Okay. All Time Klassiker Zelda Ich würde jetzt von der Melodie her, weil zur Tiefe sie durch auf Mortal Kombat ging, aber keine Ahnung, ich lasse euch weiter einraten, Skyron, ja wie gesagt, nie gesteckt, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, nie gehört, ganz ehrlich, ich könnte noch ein bisschen raten, Xenoblade Chronicles, nie gehört, Super Smash Bros. Ultimate Ich kann es... Uff, keine Ahnung... Okay, es wird wahrscheinlich falsch sein, aber ich sag, ganz ehrlich, Mortal Kombat... Okay, das kenne ich auch nicht, ganz ehrlich, Runescape... Oh Gott, woher ist das? Doch, ich glaube, das ist New Dunk City von Mario Odyssey, oder? Oh mein Gott, Bobo, das Battlefield, wie dumm... Nee, ich glaube, das ist Halo, kann das sein... Guck mal... Ach, ich... ich kenne es doch nicht mehr... Das ist... ich sag's noch nicht, ihr wollt mich raten, ich weiß... Street Fighter... Oh, Copyright... Okay, von New Fantasy hätte ich hier nicht gewusst... 3D World... Woher... Woher... Woher kenne ich das? Ich kenne es... Oh, I lost... Angry Birds, ja, na klar... Oh... Und ehrlich, das zeigt mir nix... Stardew Valley... Ach, jetzt gibt's die Ahnung, stimmt... Das ist Sonic, aber ich weiß nicht welches... Ah, einfach Sonic die Headshot... Okay, doch... Mario Kart Wii... Mario Kart Wii... Ah, das... Okay... Keine Ahnung... Crash Bandicoot... Okay, okay, okay... Megalovania... Äh... Undertale... Oh Gott... Wenn du das Lied kennst, aber den... Den Namen nicht weiss... Games... Und das war's... Damit... Herzlichen Dank fürs Zuschauen... Bis zum nächsten Mal... Ah, ja... Kame... Tendo... Tendo... Tendo...